meilenstein anthony hopkins ist seit fast 50 jahren trocken anthony hopkins 86 hat nicht nur den jahreswechsel zu feiern der schauspieler hat in der vergangenheit viele höhen und tiefen durchgemacht er ist ein gefeierter kinostar doch viele filme hätte er fast nicht drehen könnte der oscar preisträger hatte lange mit einer alkoholabhängigkeit zu kämpfen die ihn fast umgebracht hätte doch 1975 fasste er selbst den entschluss keinen tropfen mehr zu trinken nun jährt sich dieser tag zum 48 mal und anthony feiert das auf instagram veröffentlichte der 85 jährige ein video in dem er seinen fans einen guten rutsch ins neue jahr wünscht und scherzt wenn ihr einen kater habt denkt an mich ich habe das nicht mehr weil ich heute vor 48 jahren aufgehört habe zu trinken diese entscheidung habe sein leben verändert deshalb versuchte auch er menschen die mit sucht problemen zu kämpfen haben zu ermutigen dagegen anzugehen wenn du hilfe brauchst ist es an der zeit das leben ist in vollem gange leg los anthony selbst hat mittlerweile seinen inneren frieden gefunden in bezug auf sein fortschreitendes alter hatte er vor zwei jahren im interview mit augsburger allgemeine erklärt ich bin mir meiner sterblichkeit bewusst eines tages ist alles vorbei ich hoffe aber dass ich noch viele jahre vor mir habe